Wer sich, die Geissens, eine schrecklich glamouröse Familie, auf RTLZWI anschaut, fragt sich regelmäßig, kann das echt sein? Ganz ungezwungen und unverstellt ist wohl nichts, was im Beisein eines Kamerateams geschieht, doch das Luxusleben, das Robert, Carmen, Schnee und Davina Geiss seit 2011 im TV zur Schau stählen, scheinen sie tatsächlich auch zu führen. Die Millionärsfamilie verdient ihr Geld unter anderem mit dem An- und Verkauf von Luxusimmobilien. Privat besitzen sie natürlich selbstgleich mehrere davon. Da wäre beispielsweise die Residenz in Monaco, also dem Ort, den die Familie ihr Zuhause nennt. Nachdem Schnee und Davina ausgezogen waren, um eigene Wege zu gehen, waren Robert und Carmen Geiss aus der 420 Quadratmeter Bleibe in eine kleinere Wohnung mit nur noch 300 Quadratmeter Wohnfläche gezogen. Um dort nicht allzu sehr darben zu müssen, legte sich das Duo aber ein Heimkino und ein Weinlager zu. Neben einer Yacht hat die TV-Familie auch eine beachtliche Autoflotte. Teil der Sammlung waren zuletzt ein Ferrari F12 Berlinetta, zwei Audis, R8 und Q7, ein Rolls-Royce Phantom, ein Range Rover Sport, ein Maserati Gran Cabrio, ein Bentley Continental GTC Cabrio, ein Mini Cooper S sowie ein Porsche Turbo. Man mag sich gar nicht ausmalen, welches Vermögen Carmen und Robert Geiss im Laufe der Jahre in ihren Fuhrpark investiert haben. Dass das Ehepaar eine Leidenschaft für dicke Bonzenschlitten teilt, ist längst kein Geheimnis mehr. Was Carmen Geiss vor einigen Monaten auf Instagram bekannt gab, ergibt also durchaus Sinn. Auf zwei Fotos posiert die 59-Jährige mit einem Nummernschild in der Hand. Es zeigt vier Nullen. Endlich mein Traum-Kennzeichen nach fast 30 Jahren in Monaco. Das macht auch Robert glücklich, schrieb die Luxus-Lady dazu und präsentierte auf Bild Nummer 2 auch ihren Göttergatten mit dem neuen Nummernschild in der Hand. Alles auf Null also. Bleibt nur noch eine Frage. Welches der vielen Geissens Autos trägt denn nun das Nummernschild, auf das Carmen so lange gewartet hatte? Das verrieten die Millionäre nämlich bis heute nicht. Wer weiß, vielleicht haben sich die Geissens ja schon wieder ein neues Auto gegönnt, das das Traum-Kennzeichen künftig spazieren fahren darf. Fest steht jedenfalls. Carmen Geiss war damals überglücklich, konnte ihr Glück kaum fassen. So sehr, wie auf besagtem Foto, sah man sie schon lange nicht mehr strahlen. Doch natürlich läuft es auch bei den Geissens nicht immer nur rosig. So verkündeten sie Ende 2023 beispielsweise, ihre Jacht sei aufgrund aufgelaufen, dadurch schwer beschädigt. Kurz darauf gab es dann einen Shitstorm für ein sexy Popo-Foto, das die Familie anlässlich der Weihnachtsfeiertage veröffentlichte. Dass Robert Geiss hier gemeinsam mit Frau und den beiden Töchtern die Hose runterlässt, gefiel nicht jedem Fan. Aktuell warten Fans sehnsüchtig auf den Start der neuen Staffel von Die Geissens. Worum es darin gehen wird und wann die neuen Folgen endlich starten, ist leider noch nicht bekannt. Und